Draußen ist Schoko erfahrungsgemäß besonders dickköpfig. Sie geht auf andere Hunde los und Britta kann sie kaum im Zaum halten. Melle hat Testhunde bestellt, um sich das Ganze anzuschauen. Jetzt gucken wir mal, wie die Schoko in einer Hundebegegnung ist. Und ich möchte, dass du alles genauso machst wie immer. Ich bin nur ein Beobachter und ich gucke mir das mal an, ja? Testhund die Erste. Ich verstehe total, dass Britta angestrengt ist. Aber wir haben es hier mit einem 1,5-jährigen Hund zu tun, der maximum reizempfänglich ist und einfach auch noch nicht wirklich erzogen ist. Also ich glaube, dass da echt noch ganz viel geht und dass wir da jetzt nur ein bisschen Struktur aufbauen müssen. Schoko will bestimmen, wie es hier läuft. Schokolass ist. Und das artet in eine Rangelei aus. Auch hier wieder bist du sehr körperlich mit dem Hund. Du grätschst da rein, du wämmst ihn mit dem Knie weg. Also alles so kleine Module, die eher so Benzin ins Feuer gießen, als dass sie Ruhe reinbringen. Genau das. Es ist ein Kampf gegeneinander. Und ich glaube, dass Britta jetzt erst mal verstehen muss, hey, du hast es mit einem jungen, noch sehr ungeschliffenen Hund zu tun, dass der anstrengend ist. Ich glaube, das sieht jeder und versteht auch jeder. Aber jetzt mal einmal durchschnaufen und erkennen, es ist noch gar nichts Dramatisches passiert. Nächster Testhund. Und jetzt ist Timing das Allerwichtigste. Okay, der Maffin kommt, Schoko ansprechen, Keks. Schoko. Genau, die darf den Hund kurz sehen. Schoko. Ja, und selbst wenn Schoko jetzt nochmal aufspringen würde, es geht wirklich darum, und wir müssen Britta aus dieser Spirale rausholen, dass sie nur darauf wartet, was es alles anstrengt. Und es gibt ja auch ganz viele positive Dinge. Und auf diese Dinge zähle ich dann halt irgendwann. Die Schoko hat wirklich viel Energie. Und die Energie müssen wir natürlich mal so ein bisschen in die richtigen Waren lenken. Das schaffen wir über Auslastung. Das heißt, ich möchte, dass du ein Apportiergegenstand nimmst. Wir arbeiten mal so ein bisschen in die Richtung hier vorne. Sitz und wache immer. Warte. Schoko soll lernen, den Reiz auszuhalten. Erst wenn Britta das Kommando gibt, darf sie loslaufen und apportieren. Also eine Sache ist ja total auffällig. Britta hat Lust zu trainieren. Sie trainiert auch. Sie baut Strukturen auf. Aber ich glaube, dass sie eine andere Erwartungshaltung an einen Hund hat. So nach dem Motto, aber ich mach doch alles. Sie hat aber einen Charakter bekommen, der richtig Feuer im Hintern hat. Und mehr ist es nicht. Und die müssen wir jetzt irgendwie zusammenführen. Also das ist jetzt eher Beziehungsarbeit. Weil ich finde Schoko echt gut. Es ist ein super Hund. Und Britta macht es auch sehr gut. Man muss sie jetzt nur irgendwie zusammenkriegen. Deshalb wird das Training jetzt neu aufgebaut. Legst sie hin, reicht schon. Die macht total gut mit. Gehst zurück zum Hund. Packst jetzt in die Tasche. Gibst dir einen Keks und gibst dir ein neues. Warte. Warte. Schoko, bring es her. Genau. Und locker. Und jetzt lockst du sie zu dir. Schoko, bring es her. Bring es her. Ja, die ist temperamentvoll. Die ist ein bisschen frech, aber mehr auch nicht. Es geht tatsächlich darum, dass wenn die Schoko am Gegenstand ist, dann lock sie ruhig in deine Richtung. Und lock sie nicht mit Keksen. Okay. Die soll kommen, weil die sagt, das ist der Laufweg. Und wenn ich es gebracht habe, dann kriege ich bestimmt eine Belohnung. Okay. Schoko. Sitz. Prima. Warte. Kein Keks jetzt. Ja. Los geht's. Auslegen. Sehr gut. Jetzt hast du ja schon geschmissen. Ja. Schau mal auf. Hier, guck mal. Nein. Aber belohne den Hund mal. Ist geblieben. Fein. Das ist so krass. Die Melle belohnt eigentlich gerade etwas und sagt ganz positiv. Guck mal. Du konntest sogar schon schmeißen. Dein Hund ist geblieben. Und das Erste, was Britta denkt, habe ich was falsch gemacht? Also ich glaube, dass wir Britta jetzt Mut machen müssen und ihr klar machen müssen, ja stimmt, du bist Anfänger, aber du machst es super gut und auch Schoko macht doch richtig gut mit. Und das hier ist dein heiliger Graal. Ja. Den hältst du hier nicht immer hinterm Rücken, nicht damit so rumfuchteln, dann haben die Hunde noch mehr Lust da drauf, sondern den packst du dir hier vor die Brust. Ich möchte, dass die Schoko lernt, dass sie weiß, es ist deins. Und immer wenn wir eine Pause haben, nimmst du die Leine und stellst dich auf die Leine, kurz, so dass dein Hund sitzen, liegen und stehen kann und ihr habt Pause. Hausaufgabe. Ich komme wieder, wenn die Schoko total gut hier sitzen bleibt, apportieren kann, das bringen. Und die Aufgabe ist, ich möchte, dass du neben der Schoko stehen kannst und ganz vorsichtig den Gegenstand werfen kannst. Okay. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Super. Ja, bis ganz bald, Britta. Ciao. Das war doch wirklich ein schönes Training. Britta als Ersthundebesitzerin war na klar ein bisschen nervös und Schoko hat das aber gut kompensiert und richtig klasse mitgemacht. Ich bin mir sicher, dass wir die Problemchen in den Griff kriegen und freue mich auf das nächste Training. Ich denke, das größte Problem ist, bin ich der Zweibeiner und da werde ich hart an mir arbeiten. Vielen Dank.